Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüsse Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 14. November 2024 und ich stosse gleich an auf Ihr Wohl mit dieser wunderbaren Tasse Ingwer-Tee. Also am Morgen früh hier ein etwas asketisches Getränk, das kann nicht schaden, wohl bekommst. Und die Stimme pflegt es auch. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche und zwar mit dem Schwerpunkt hier, mein Bericht über die persönliche Begegnung mit Präsident Putin in Sochi. Russland ist ein Garant für Vielfalt auf der Welt. Das war eine ganz wichtige Botschaft, die er in seiner multipolaren Rede da zum Besten gab. Kabale in Mar-a-Lago, während ich in Sochi mich schreibend betätige, ist unser Reporter Urs Geriger. In der Welthauptstadt in Florida, zugegen im Welthauptquartier Mar-a-Lago, Notizen Neues aus der Herzkammer der nächsten US-Regierung Trump. Macron ist ein Faschist, um Himmels Willen, der auch. Grosses Gespräch mit dem untergetauchten Assange-Anwalt Juan Branco, dem schwarzen Schaf von Frankreichs Elite. Und Waldemir Amur, Gerhard Schröder über Kanzler Scholz. Man wundert sich, man ist sehr verwundert über das, was da in Berlin passiert ist, die salomonischen Worte des früheren Kanzlers. Entschuldigen Sie bitte meine Stimme, leicht belegt, ich muss kurz husten. So, jetzt geht es da wieder besser. Gestern noch ein Schluck Tee und dann ist die Sache fast schon wieder eingerenkt. Schauen wir in die Nachrichten. Ja, ich war gestern in Berlin und habe mir diese Regierungserklärung von Kanzler Scholz angeschaut und die nachfolgende Debatte. Kanzler Scholz hat sich jetzt ja erklärt, sein Rabiater, sein schroff Rausschmiss von Finanzminister Lindner, den er regelrecht herunterputzte. Das musste nun begründet, das musste erläutert werden und Scholz hat das zum Anlass genommen, eine Wahlkampfrede zu präsentieren. Nun, die deutschen Medien sind sehr, sehr kritisch, auch wieder fast herdenmässig. Alle schreiben ungefähr das Gleiche. Und ja, man kann sicherlich viele Argumente nennen, warum jetzt Kanzler Scholz möglicherweise sein Ablaufdatum erreichen könnte. Aber ich warne einfach davor, diesen Mann zu unterschätzen. Der hat noch Trumpfkarten in der Hand und eine seiner grössten Trumpfkarten ist vielleicht sein Herausforderer, der eben Scholz beerben möchte. Der Ersatz Scholz, wie Oppositionspolitikerin Weidel da in ihrer fulminanten Rede sagte, Ersatz Scholz, Friedrich Merz, ich komme dann gleich darauf zu sprechen. Ja, was hat Scholz gesagt? Im Wesentlichen er lobte die Politik seiner Regierung als vernünftig. Er sei stolz. Also Demut war da nicht wirklich zu hören, Selbstkritik, obwohl ja die Regierung faktisch jetzt schon auseinandergebrochen ist. Da hat man ja auch nicht alles richtig gemacht. Er priess sich an als Politiker des Kompromisses und der Verständigung. Er hat immer auch wieder die Hand ausgestreckt in Richtung CDU. Das hat sein Fraktionschef Mützenich ebenfalls getan. Er markierte dann Differenz, hat gesagt, wir unterstützen die Ukraine, aber eben nicht über alle Massen, dass man Waffen liefert, die verwendet werden können, um russisches Territorium anzugreifen. Dagegen wehre ich mich. Dezidiert hatte der Lieferung des Marschflugkörpers Haurus eine ganz unmissverständliche, eine ganz klare Absage erteilt. Das ist für ihn das ganz Entscheidende. Und wir werden jetzt ja die Neuwahlen haben am 23. Februar 2025 und am 16. Dezember dieses Jahres. Das ist ja dann die Vertrauensabstimmung nicht so klar, dass Paul Scholz das verliert. Denn ja, warum sollen die Parlamentarier einer frühzeitigen Beendigung ihres Legislaturmandats zustimmen? Dann bekommen sie weniger Geld, unter Umständen weniger Rente. Da verringern sich die Ansprüche, pro rata temporis. Also gut möglich, dass man ihm die Stimme gibt. Wenn man es nicht gibt, dann wird man Neuwahlen haben und die sind dann eben am 23. Da wird vielleicht die Kartenhand ganz neu gemischt werden in der Bundesrepublik. Dann kam Friedrich Merz. Für mich eine enttäuschende Rede. Er hat inhaltlich eigentlich wenig gesagt. Er werde die Leistungsbereitschaft wieder zurückbringen. Und er hat vor allem die Brandmauer beschwört. Er hat dann die Adresse der AfDler gesagt, ihr könnt nur dazwischen schreien und rumbrüllen. Und wir werden nie mit euch zusammenarbeiten. Also eine ganz kategorische Ablehnung dieser Zusammenarbeit durch Merz. Dann hat er gesagt, den Taurus-Marschflugkörper, den werde man unter seiner Regierung hier nach Kiew schicken. Und ich glaube, das ist das Thema, das die grösste Achilles-Szene von Friedrich Merz bedeutet. Und ich glaube, er ist sich der Bedeutung gar nicht so bewusst. Er ist sich des Risikos gar nicht bewusst. Merz ist für eine Eskalation des Krieges mit deutschen Marschflugkörpern. Und wenn er das zuliesse, dann würde dies natürlich die Verwicklung Deutschlands in diesen Krieg akut verschärfen. Und es würde natürlich in Russland auch, sagen wir mal, das Gefühl einer noch viel grösseren Enttäuschung und Verärgerung produzieren. Mit dem Resultat, dass eben tatsächlich das eintreten könnte, was Präsident Putin in Aussicht gestellt hat. Nämlich, dass die Atomdoktrin, also der Einsatz taktischer Nuklearwaffen, für die Russen auch dann gegeben sein kann, wenn sie mit konventionellen Waffen auf ihrem Territorium angegriffen werden, von einer feindseligen Macht, die allerdings von einer Nuklearmacht unterstützt werde. Und das ist hier ja zweifellos der Fall. Wenn jetzt mit deutschen Waffen Russland angegriffen würde, dann stehen da die Amerikaner da hinten. Und das gäbe dann Putin den Anlass, nach den Verfassungsartikeln seines Landes hier eine taktische Waffe zu zünden. Und das heisst mit anderen Worten, dass ein Friedrich Merz mit seiner Konfrontationspolitik Deutschland einer existenziellen Gefahr aussetzt. Dass er Deutschland unter Umständen bereit ist, in einen Krieg hineinzuziehen, in einen Krieg erneut gegen Russland. Man muss sich das einmal vor Augen führen. Das ist also eine Strategie der möglicherweise angekündigten selbstmörderischen Zerstörung. Ja, der Selbstzertrümmerung, der Selbstzerstörung. Das ist hier der Ansatz. Und dagegen wäre ich ein Berater von Olaf Scholz. Dagegen sollte sich der Kanzler stellen als Friedenskanzler, der aber nicht einfach die Ukraine im Stich gelassen hat, aber eben auch nicht diesen Wahnsinn begeht, diese rote Linie überschreitet, die da der Merz in Aussicht stellt. Übrigens nicht nur Merz, sondern auch FDP-Chef Lindner argumentiert genau in diese Richtung. Das ist für mich das militante Gutmenschentum. Es kamen weitere Reden, unter anderem das sehr massvolle und staatsmännisch klingende Redenformat des Fraktionschefs der SPD, Rolf Mützenich, fand ich interessant, fulminant. Und ja, brillant war dann aber die Rede von Alice Weidel, der AfD-Vorsitzenden. Sie ist voll auf Kollisionskurs gegangen mit der Regierung, auch mit der Opposition in Gestalt von Friedrich Merz. Und sie hat auch ein Programm vorgelegt, in welche Richtung die AfD gehen möchte, sagt sie dann ganz am Schluss ihrer Ausführungen. Und die wesentlichen Punkte sind da ganz klar. Zurück zur Kernenergie, Technologieoffenheit bei der Energieversorgung, dann Marktwirtschaft stärken, Bürger entlasten, Grenzen schliessen, die illegale Migration abstellen. So lässt sich das zusammenfassen. Interessant, ich habe auch erfahren am Rande dieser Darlegungen, dass die AfD also richtiggehend drangsaliert wird. Offensichtlich hindert man sie jetzt daran, ihre Tagesordnungspunkte einzubringen, zum Beispiel eben über das Lieferkettengesetz abzustimmen, um es abzuschaffen. Das wird alles geblockt von der CDU. Und Frau Weidel hat mir im Interview gesagt, was besonders irritierend sei, sei die Tatsache, dass eben ausgerechnet die CDU jetzt auch ein Verbotsverfahren gegen die AfD angestrengt habe. Friedrich Merz, ja, kann er das? Ist er der Mann, der da die Wende bringen könnte? Da mehren sich im Moment die Zweifel. Man unterschätzt den Krieg in der Ukraine sträflich, vor allem in Deutschland. Und das könnte sich dereinst noch bitter rächen. Hoffen wir es nicht. Hoffen wir, dass den Leuten vorher ein Licht aufgeht. Vielleicht ist auch der Druck jetzt aus Washington, Trump, Elon Musk, die Unternehmer kommen, die Apparatschicks, dass man da mit einer neuen, pluraleren Weltofferte auch pazifizierend, befriedend wirken kann. Das werden wir sehen. Das bleibt abzuwarten. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war es von Weltwoche Daily International für heute. Ich freue mich und melde mich spätestens morgen wieder mit meiner Sendung. Heute, dann verpassen Sie nicht, mein grosses Interview mit Alice Weidel, der Vorsitzenden der Alternative für Deutschland. Der Partei vielleicht der Stunde. Und Frau Merkel, Entschuldigung, Frau Weidel, um Himmels Willen, was für ein freudianischer Versprecher. Es ist sehr früh am Morgen. Ja, Frau Weidel wird da eben, und da erklärt sich da dieser Überschneider, wird eben als potenzielle Kanzlerkandidatin in dieses Rennen steigen und vielleicht eben als zweite Frau an der Spitze der Bundesrepublik in die Geschichte eingehen. Wir werden sehen. Bleiben wir gespannt. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag und ich freue mich aufs Wiedersehen. Ich melde mich zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017